Kannst du mal aufhören zu schreien? Ach Paola, jetzt nicht, Alter. Ich hab grad jemanden mit mir, der Sniper in den Kopf geschossen, ohne ranzuzoomen, Paola. Ja, interessant. Ja, oder? Ja, mhm. Und jetzt brauche ich ein riesiges Klo. Paola ist im Ufo, ja. Warum? Weil Paola zieht das hier ins Ufo ein. Das wissen die meisten Leute noch nicht. Leute, heute Abend gibt's um 18 Uhr wieder einen wunderbaren Livestream. Schaut ihn auf jeden Fall an. Mit dabei ist natürlich auch der liebe Eskation, dessen Kanal natürlich auch ganz oben verlinkt. Das ist meine Freunde. Schaut auf jeden Fall vorbei. Oder Tobi, du bist noch heute Abend dabei. Wann ist heute Abend? Morgen? Äh, ja, äh, also... Heute, der, äh, äh... Livestream am 18 Uhr, meine Freunde. 29. Dienstag, 18 Uhr. Schaut unbedingt vorbei und abonniert Eskation. Wuuu. Ja, Leute, was geht euch? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Eskation. Boah, Digga, ist das unnötig laut. Ich mach dich leiser. Wir spielen heute gemeinsam wieder eine Runde Fortnite, meine Freunde. Und da das letzte Video mit dem Brandenburger Tor so gut bei euch angekommen ist, dachte ich mir, meine Freunde, gehen wir heute mal hin und bauen eine riesige Kloschüssel in Fortnite. Was ist denn? Und holen natürlich dann am Ende noch die Runde, Leute. Wir brauchen wieder eine Menge Steine dafür. Jetzt nach Tobi, würde ich sagen, ist Anarchy Ackles, beziehungsweise Paddlefields eigentlich gar nicht so der schlechte Call. Paddlefields ist gut, ja. Der schlechte Call. Wir bauen erstmal gar nichts, sondern rasieren erstmal alle Gegner weg, meine Freunde, bauen ein riesiges Klo, holen am Ende noch den Wind. Und ich versuche sogar einen Kackhaufen aka meinen Spiel-Skill damit reinzubringen ins Klo. Wenn ihr möchtet, dass wir demnächst mal das UFO oder ähnliche Gebäude nachbauen oder das Mediakraft-Büro und das dann mit einem Unges gehen in die Luft jagen, Leute. Lasst ruhig mal einen Daumen nach oben da. Dann tun wir das einfach mal. Dann machen wir die Simon-Unge-Challenge. Dann bist du Christoph Krachten, dann bin ich Unge und mach das Mediakraft-Büro kaputt, okay? Nein. Okay, schade. Ich bin das Büro. Was? Ich bin das Büro. Ja, alles klar. Tobi, landen wir gemeinsam beim Farmhaus. Oh, ich hab ne Rifle. Easy. Ich hab nur ne Sniper. Ich muss ganz aufgucken, wenn John Wick ist, wenn ich einmal stillstehe, kann ich ihm einen Headshot bekommen. Bam! Bei mir steppt jemand Tobi, ich will euch da und, oh mein Gott. Ah! Tobi! Ah! Ich kann nicht, ich kann nicht, Digga, ich bin mitten im Kampf. Ah! 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 Digga, ich hab noch vier Schuss, Tobi, hier vorne liegt ein John Wick flach. Ach, komm mal mit, komm mal mit, komm mit, schnell. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Oh, Junge! Digga, der Nosekop, Junge. Geh mal da, was geht denn schon wieder auf? Wo liegt der schon? Hier vorne, hier vorne müsste der sein. Da ist er, da ist er. Okay, darf ich mir seine Materialien holen? Boah, Digga, dieser Nosekop gerade. Der Typ wird ja richtig glücklich sein. Puh! Boah, Leute, die Runde geht auf jeden Fall schon mal aggressiv los hier. Ich würde sagen... Kannst du mal aufhören zu schreien? Ach, Paola, jetzt nicht, Alter. Ich hab grad jemanden mit mir, der Sniper in den Kopf geschlagen. Ohne ran zu zoomen, Paola. Sehr interessant. Ja, oder? Und jetzt brauche ich ein riesiges Klo. Paola ist im Ufo, ja. Warum? Weil die Paola zieht das hier ins Ufo ein. Das wissen die meisten Leute noch nicht. Ja. Ich freue mich voll, mit dir meinen Kopf zu spielen, Paola. Das wird noch richtig geile Zeit, ne? Ja, das wird Wahnsinn. Ja, oder? Ja, ich lass mich mal weiterschrauben. Okay, tschüss. Hau rein. Oh, geil, das ist ein Apple. Miam. Ein Apple a day? Keeps the doctor away, sag ich immer, ne? Tobi, hör auf, dich da unten umzubringen. Paarbein knocked. Was? Ey, sind aber noch Gegner bei mir. Boah, hat der geschossen? Der war unter dir, der war unter dir. Ah! Ich bin fast tot. Ich bin fast tot, ich bin fast tot. Ich mein es gar. Hä? Och, Mann. Och, Menno. Hier ist ein Typ. Die kommen raus. Einer ist knocked. Boah, Tobi, was ist heute schon wieder los, Alter? Skit! Wie viel Stein hast du gerade? Die Kills hab ich. Wie viel Stein du gerade hast? Ja, ich weiß. Okay, pass auf. Du müsstest die Toilette hier bauen? Ja, wir müssen nämlich jetzt mal überlegen, wie wir das am besten machen. Warte mal, hör mal auf! Das ist der Sockel. Ne, nix Sockel, ich hab ne beste Idee. Was denn? Guck mal hier, so. Aha. So. Aha. Wie würdest du dann hier die Ecke machen? Es gibt Ecken, aber ich weiß nicht, wie man die macht. Ah, warte mal, waren die nicht, waren die nicht mit dieser Pyramide? Ich hab's, da ist sie. Echt? Boah, genau das mein ich. Boah, das war saukompliziert, Alter. Oh Gott, jetzt muss ich mir von der anderen Seite hier ran, warte. So. Auch mal noch ne Ecke hier hinten. So, ja. Das sieht sehr gut aus, Tobi. Boah, das ist noch nie die Toilette hier. Ah, das wird ein richtig geiles Klon, Alter. Warte, hier haben wir jetzt abgelöst. Wie hast du denn zugemacht? Wir sind doch hier, äh... Klempner. Klempner. Klempner, genau. Naja, jetzt hab ich's auch falsch gemacht. Ah, das ist auch falsch. Das ist saukompliziert. Was war ich hier? Das ist... Ja, genau. Aber jetzt andersrum, warte. Jetzt invertieren, ja. Okay, jetzt da nochmal. Nein. Ne. Okay, warte, hier kommt jetzt schon mal die Brille drauf. Warte, hier kommt natürlich aus Holz. Ne. Wie viel Holz hast du grad noch, Bro? Ah, ich hab's gemacht. Holz hab ich sieben. Gib mal bitte. Hast du echt nur sieben? Ah! Nein! Der will in der Kloniluft. Wer ist das? Oh mein Gott. Ich hab 15... Ich hab 15 HP, Bro. Ich bin nach 15 HP. Ich bin down. Alter. Ich bin lockt. Ich bin lockt. Warte, warte, warte. Nein, Digga. Nein, 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 nein. Haben wir einen eliminiert? Ach man, die haben unser Klo kaputt gemacht, Alter. Aber egal. Die Ecken stehen noch. Oh Gott, einer kommt im Jetpack. Warte, warte, warte. Hast du genug Zeit? Okay, die kommen. Der, der, der. Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Ich bin Ultraloft. Blockieren, ich blockieren. Ja! Oh mein Gott, Alter. Du Legende, Dicker. Ja, ich würde sagen, wir verschieben unser Klo, weil sonst sterben wir wieder in der Border. Nee, guck mal, die Border ist doch nicht hier, Alter. Wir haben noch zwei Minuten Zeit, Alter. Ja, aber guck mal, was die hier schon gebaut haben, wieder. Ja, müssen wir ein bisschen was abreißen. Mann, die haben unser Klo kaputt gemacht, Alter. Das sind die? Das sind die von der anderen Firma, die unsere Toiletten kaputt machen. Ja, ja. Das ist immer schwierig, Alter. Weißt du, wie die heißen? Wie denn? Toilettenkaputtmacher heißen. Doch, nein. Das ist ja passender Name. Haben die sich selber ausgesucht, ne? Ja, ja. Crazy, Alter. Crazy, crazy. Aber das Scharnier soll das aus Stein ist. Hä, was ist das denn jetzt? Ja. Was ist das? Bau jetzt. Ja, was ist denn das? Ich mach das Loch. Ey, hier ist die Wurst. Hey, das geht. Du hast mich hier reingelassen. Nee, nee, nee. Ich will wieder nach oben, bitte. Oh Mann, jetzt muss ich... Bau doch hier. Ja, jetzt komm ich aber... Oh Mann, jetzt... Also jetzt ist... Da ist die Teppe dann. Dann komm ich jetzt... Wo ist die Treppe? Da ist die Teppe hier geradeaus. Ah, gut, dass in dem Klo eine Treppe drin ist, ne? Oh Gott, jetzt kommt die Borde schon langsam. Alles gut. Okay. Sollen wir mal von vorne gucken, Alter? Warte. Mach das hier mal weg. Ist das aus wie ein Klo? Doch, auf jeden Fall. Das ist richtig gut geworden, Digga. Okay, Leute. Warte, wir schauen uns ganz mal von vorne an. Jetzt mach du mal deinen Kot rein. Soll ich noch reinschachsen? So, guck mal hier, Leute. So sieht das Klo aus. Sehr schön, sehr schön. Jetzt bauen wir mal da rüber. Alter, das sieht echt gut aus. So, okay. Warte, warte, warte. Ich kacke einmal rein, okay? Wow. Wow. Ja. Stumpf. Okay, Leute. Und jetzt haben wir unsere Challenge gewonnen. Und ich würde sagen, jetzt haben wir noch die Runde gewonnen. Erstmal Mattress Pack, Tobi. Dafür, dass du eben so gecarried hast. Es tut mir leid. Ich war die ganze Zeit auf der... Ne, ne, hast du glücklich. Du hast eben gut gespielt. Ah, das muss man hier auf der Seite halten, weißt du? Nein, du hast drei Kills, Digga. Digga, Tobi. Das ist auch nicht viel. Digga, Tobi, Tobi, Tobi. Hinten, rechts, hinten, rechts, hinten, rechts. Hinten, rechts, Gegner. 15, 15, 15 vor mir. Hinten, da oben, da oben. Warte, 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 wenn er stehen bleibt, wenn er stehen bleibt. Komm schon, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Nein. Was war das für gleich? Ich hab nur... Das sind meine Sniper-Schüsse, die... Ja, jeet! Hab ich einmal gehittet. Hab ich nochmal gehittet. Nochmal gehittet. Unten hüpft eine Runde hat gerade schon kein Schild mehr. Schieß da unten kaputt hier. Haha, goodbye, blödmann. Boah, ich hätte ich fast in der Luft erwischt, Alter. Schieß mal sein Ding kaputt, Tobi. Okay, der fällt runter wieder. Er hat Schaden bekommen, er hat Schaden bekommen. Der Typ von links, der Typ von links. Warte, warte, warte. Der Typ da oben. Der, der ist tot, der ist tot. Der ist sowas von down. Oh Gott. Ey, wo? Ich weiß nicht, ich bin von... Ah, da, ich seh ihn, ich seh ihn. Aber er kann mich nicht finish, ich bin safe. Komm runter, komm runter zu mir, komm runter zu mir. Du bist unten? Ja. Oh, hinein den Schuss! Oh Gott. Super. Soll ich mithelfen? Ja. Hab ich ihn knocked? Sein Mate kommt in die Ecke. Oh. Nein, ich bin tot. Ich hab ihn. Oh, Digga. Ich wäre auch direkt hinter dir gewesen. Gar kein Problem für mich. Oh, da vorne läuft einer. Ja, ich hab ihn gesehen. Er läuft da unten auf dem Boden. Es sind nur vier Gegner, es sind nur die hinten. Die letzten beiden, die letzten beiden. Ich mach auch kurz, ja. Junge, er trifft das nicht, Alter. Digga, er piekt wie ein Gott. Du, du fällst runter? Was? Oh. Er schießt wieder mein Ding kaputt, Mann. Du bist ehrenlos. Ja, Digga, natürlich, Alter. Oh, tschüss, tschüss, tschüss. Warte. Der zieht sein Mate hoch. Der will sein Mate, glaub ich, hochziehen. Ne, 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 ne. Der heilt sich hier unter mir. Er kommt, er kommt, er kommt. Es ist da, wo du eben runtergefallen bist. Der ist jetzt quasi schon vor dir. Der läuft weiter, läuft weiter Richtung S. Ja, oder auch nicht. Das war auf jeden Fall eine starke Runde von mir, also zu Anfang. Den Rest habe ich dann nichts gemacht. Ich würde sagen, jetzt drehen wir das Blatt mal um und jetzt wird anständig gespielt, weil das war wirklich nicht in Ordnung. Gut, Leute, Runde Nummer 2. Ich würde sagen, Tobi, wir gehen das Hilton runter. Diesmal bekomme ich auf jeden Fall auch ein Stück vom Kuchen. Ich habe eben die drei Sniper-Kills zum Anfang. Ich habe gar keinen Kuchen gegessen. Easy Game. Tobi, halt den Mund, Alter. Du weißt ganz genau, wo vorne ich rede, okay? Vor uns, vor uns, vor uns, direkt vor uns. Wir können Hauptrocks nehmen. Mein Auge juckt. Komm, Hauptrocks nehmen nach vorne. Warte. Boah, es hat eine Schott gehabt. Ahaha, jaiiit. Über uns, über uns. Oh, hier. Oh, ich habe ja auch so einen getötet. Oh, da sind noch welche. Hinter mir. Oh, ich habe mein Auge. Die kommt zum Pferdhof bei dir. Nein. Nein. Oh. Oh mein Gott, ich habe keine Munition. Ahhhh. 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 Uh. Oh, da kommt noch einer. Ne, der ist unten. Unten am Boden. Nein, der ist oben. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Er ist bei mir, er ist bei mir. Komm her. Komm her. Hast du ihn? Ja. Hier ist noch einer. Ach so. Der ist hier um die Ecke. Bau du dich von oben rein. Es ist hier, es ist hier, es ist hier. Wo ist denn der? Ja. Ja. Gegner, Gegner, Gegner. Direkt über uns. Direkt über uns. Sehe ich. Aber hier ist ein Showflip, Muni. Ich brauche, ich habe nur einen. Ja gut. Hier haben wir dann die Pump. Oh. Entschuldigung für das Ding. Hinter den Frank. Ja, Moin. Wow, wow, wow. Ich bin gleich tot. Lass mal verstecken kurz. Bitte. Warte, 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 wir pushen, wir pushen. Ja. Ich bin low. Hello, what the fuck, Digga. Wieso verreckt ihr denn nicht? Der kriegt einen Pump Headshot uns wieder nicht an. Warte, warte, warte. Der Maid ist unter dir? Eine Mätze. Shit. Das war ein anderer. Das war ein anderer. Leute, ich muss aber dazu sagen, dass in meinem Zimmer wirklich gerade eine Temperatur von 90 Grad herrscht. Das ist kein Witz. Ich habe nämlich gerade meine Klimaanlage an, aber es hilft trotzdem, Leute. Ich möchte jetzt einfach ganz schnell den Win holen, Leute. Und dann möglichst schnell mit Easy zum Badesee fahren. Und da ein bisschen debben. Leute, wenn ihr weitere Ideen habt für lustige Bauchallenges, die mir gerade eine Menge, Menge Spaß macht, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar lustige Ideen aus der letzten Folge mitnehmen können. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Tobi, bei mir ist oben einer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tobi, Hilfe. Der kommt runter. Der ist über dir. Oh mein Gott, ich hatte keine Waffe. Es geht natürlich wieder richtig gut für mich los, Digga. Komm, wir gehen jetzt kurz Big Ben pushen. Ich mach den. Und dann kannst du die Waffe von ihm nehmen, ja? Headshot. Dann drei, zwei, eins. Ich habe ihn getroffen. 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 Du bist du das? Ah! Ich habe ihn. Ich habe ihn mit einem Schuss, Alter. Oh. Einer oben in der Burg. Ah. Ich habe ihn getroffen. Der ist hier 80 und der stirbt natürlich nicht. Oh, der ist hier noch. Oh nein, nein, nein. Mann! Oh Junge, ich schwitze, das ist doch nicht normal. Bei uns in Bayern hat es schon 100 Grad drauf. Tobi, das glaub ich nicht. Boah, Alter, mir läuft die Suppe. Wo ist der? Äh, da ist ich. Da, Bauder. Hey! Mann, ich raste aus, Alter! Hinter dir, hinter dir. So, Leute, wir gehen jetzt noch Tilted rein. Hoffen einfach, dass wir diese verdammte Runde gewinnen, weil ich bin jetzt schon das siebte Mal in Folge gefinisht worden, Alter. Leute, es ist nicht einfach, es ist nicht einfach. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Ich versteh nicht, warum gehen wir jedes Mal nach Tilted. Was ist mit uns eigentlich, Tobi? Die kleine ganz oben? Ja, ich komm. Da sind zwar gerade Leute neben mir, aber ich... Komm, ja! Falle, Alter, ich raste aus, oder? Komm mal runter. Ich muss laufen, Bro. Ich hab einem 80 gegeben, Alter. Ich muss definitiv laufen. Boah! Und ich krieg den One-Hit. Ich krieg natürlich... Ey, pfeff! Ich hab keine Waffe, gerade. Ja! Junge Mann, das ist doch nur lächerlich! So, Leute, eine Runde würde ich sagen, spielen wir noch. Oh, Mann! Nein, Leute, ihr habt's natürlich verstanden. Ihr habt gerade gesehen, es ist einfach viel zu warm mit drin. Was? Meine Kamera hat die ganze Zeit dieses Signal mit der Temperatur. Tobi, du darfst jetzt nach Hause gehen. Achso, du bist schon nach Hause. Ich bin zu Hause! Leute, es ist ja Zeit, dass wir dieses wunderbare Video beenden. Es hat leider nicht für den zweiten Video gereicht. Trotzdem war der erste ja da. Und ihr habt gerade einen kleinen Zusammenschnitt von dem gesehen, was am Nachgang passiert ist. Pech gehabt, würde ich sagen. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut heute Abend unbedingt um 18 Uhr beim Livestream vorbei. Auf Wiedersehen. Tschüss! Auf Wiedersehen. Das ist übrigens nicht bei einem Start desltik maternalen Laws, es gibt Video zur Sicht die Ost Ohne globesianne. Wir treffen asset im Gedanken. Und ihr habt also eine Breche werden. Und dann analyticsstädte. Undس ważne? Tja.